Hallo, dies ist ein Indikator, der versucht, Reihenfolgen von Candles, die ähnlich aussehen, zu matchen, indem man die bestehenden Candles transformiert, also ein Offset berechnet und die Amplitude ändert und auch verschiedene Candles aus verschiedenen Zeitreihen nimmt, auch von besonderen Abständen, zum Beispiel von 4 Minuten Candles oder sowas, also keine nur typischen Candles, die man in TradingView grundsätzlich hat, sondern auch besondere Candle-Längen und die Candles, die er matchen kann, an der Stelle, an der er sie matchen kann, werden dann in die Zukunft überblendet und es wird mit allen Candles gemacht, je nachdem wie gut sie matchen und dazu gibt es noch eine Barriere, ab der der Match nicht gilt. Es kann jetzt also sein, dass auch Kurzbewegungen kommen, die gar keinem bekannten Muster entsprechen und dann sieht man einfach nichts, dann ist alles schwarz und manchmal sieht man es so aufblitzen, dann ist nur ein Candle da. Ich habe an der Stelle kurz angehalten und erhöhe jetzt mal die Barriere, ab wann übergeblendet wird. Das sieht man auch noch, das wird normiert, also alles, was man davor gerade kurz gesehen hat an dieser Stelle, wird immer dunkler, weil immer mehr Candles dazukommen. Ich beschleunige das noch ein bisschen und jetzt sieht man, man kriegt einen Einheitsbrei. Das heißt, man muss sich bei dem Indikator ein paar Sachen überlegen. Also man muss ihn praktisch einstellen, wie fein er reagieren soll und so weiter. Leider, also man kann sich einbilden, der Indikator weiß schon manchmal, in welche Richtung es geht. Also nicht nur mit einer Lösung, sondern er bietet mehrere Optionen, aber eine davon scheint es zu sein oder so. Vielleicht hätte ich diese Schwelle, ab wann er was einzeichnet, dynamisch machen sollen oder nur die ersten 20 gefundenen Matches oder sortiert nach den Matches, die dann am ehesten passen. Ich denke, so ist es nicht richtig brauchbar, sondern man kann, keine Ahnung, man kann das vielleicht als Animation verkaufen oder so. Ich meine natürlich nicht verkaufen, also nicht für Geld, sondern wie dem auch sei, ich bin jetzt durch damit und das ist auch schön, dann kann ich wieder was anderes machen. Vielen Dank fürs Anschauen.